Ich finde, Freitag ist auch heutzutage für mich, also für die normalen Menschen, die Freitag arbeiten, ist so wie du, ist auf jeden Fall Freitag schon mal entspannter als die restlichen Tage, weil da ist so... Ja, das stimmt. Ich kenne das ja auch noch aus dem Blachvergang. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, dass wir beide noch nie Star Wars gesehen haben. Was explizit, wobei vielleicht doch auch was mit dem Land zu tun hat, ich weiß nicht genau. Es gibt wahrscheinlich auch viele Dorfkinder, die haben Star Wars schon mal gesehen, aber... Ja, eventuell, ja. Es gibt ziemlich viele Leute, die haben Star Wars schon gesehen, glaube ich jedenfalls. Dieses Star Wars, das soll ja echt ganz geil sein. Ja, aber hier so, Captain Kirk und Spock, das habe ich halt nie interessiert, gell? Ja, das ist echt, das ist ein dunkles Kapitel, ey. Ja. Ich habe einfach noch nie Star Wars gesehen und, ähm... Ich werde auch immer ausgelacht dafür. Aber hast du das Bedürfnis gehabt, das schon mal zu sehen? Never ever. Nee, ich nämlich irgendwie auch nicht. War zu sehr mit Rambo und Rocky beschäftigt. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, insgesamt relativ wenig schon mal gesehen.